Ja, die Social Media Agentur Academy ist ein Ausbildungsprogramm und dort haben wir mittlerweile über 1000 Menschen seit Dezember 2017, als wir die erste Testgruppe gestartet haben, ausgebildet. Die erste Testgruppe haben wir gestartet, weil sowohl Patrick als auch ich mit unserer eigenen Agentur, Patrick mit einigen Mitarbeitern, ich als One Man Show mit ein paar Freelancern, wir haben die ganze Welt bereist, also sowohl Europa, Australien, USA und alles Mögliche gesehen, Thailand und so und haben von überall aus mit unserem Laptop gearbeitet, haben über 100.000 Euro verdient, Patrick hat sogar in einem halben Jahr über 250.000 Euro Umsatz gemacht, 2017 schon und das mit Videografie, Branding und Postings. Ich habe mich aufs Thema Funnel und Ads spezialisiert und wir haben das beide separat gemacht. Und Menschen haben uns gefragt, warum reist ihr so viel, ihr seid so jung, wie verdient ihr so viel Geld, was macht ihr, was treibt ihr, ich will das auch. Dann haben wir gesagt, alles klar, wir starten eine Testgruppe. Wir nehmen einfach zehn Menschen auf und bringen ihnen live bei, was wir machen, wie das funktioniert und schauen, ob es auch für sie funktioniert. Und daraus sind halt Erfolgsgeschichten geworden. So, und die Testgruppe hat sensationell funktioniert. Da waren Teilnehmer dabei, ich erinnere mich noch an den Shahin zum Beispiel, ja, der Kunden gewonnen hat sofort, für die er was umgesetzt hat. Und das war super, ich überlege gerade, wir fangen gerade nicht alle Namen ein von den Testteilnehmern, aber weil es schon so ewig her ist, wir haben Dezember 2017 gestartet mit denen und die haben Kunden gewonnen. Dann haben wir gesagt, alles klar, wir starten die zweite Testgruppe und haben dann 20 Teilnehmer aufgenommen. Und da waren wieder Teilnehmer, die eine Menge mehr Kunden gewonnen haben und für die es funktioniert hat. Und daraus haben wir gesagt, cool, es gibt eh genug Space. Also weder Patrick noch ich können allen knapp fünf Millionen Unternehmen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs sind, dabei helfen, ihr digitales Marketing zu managen. Also wer sind wir, dass wir das hinkriegen sollen, wenn es schon andere auch noch nicht hinbekommen haben. Und es gibt auch riesige Agenturen ja wie Jung van Matten, hast du nicht gesehen, die ja auch nicht konkurrenzlos sind, sondern die auch ebenfalls es nicht hinbekommen, für alle was machen zu können und auch nicht wollen, weil die sich in einem Premium-Segment spezialisiert haben, die vielleicht keine Lust haben, für Handwerker was zu tun. Und daraus haben wir dann ein Programm gestartet, wo wir dann alles, was wir der Testgruppe beigebracht haben, in Videoformat gemacht haben, haben es dann im Mitgliederbereich hochgeladen, haben dann gesagt, schaut euch die Videos an, haben Live-Calls gemacht, haben eine WhatsApp-Gruppe gestartet und haben gesagt, wir begleiten euch dabei, das Ganze zu machen und haben dann laufend neue Teilnehmer reingenommen. Und es ging los in dieser WhatsApp-Gruppe, wirklich close, ich habe 9000 Euro geklickt für einen 6-Monats-Vertrag. Bam, ich habe 48.000 Euro für einen 12-Monats-Deal gemacht. Bam, ich habe 1.200 Euro genommen für einen Kunden für einen Monat. Bam, ich habe 2.500 Euro verdient. Bam, 3.200 Euro. Also da kam jeden Tag eine Erfolgsmeldung rein. Und wir saßen so da und haben gedacht, Wahnsinn. Wir kennen diese Menschen nicht persönlich. Wir haben einen Videokurs gemacht. Wir machen Live-Calls via Zoom, wo wir die Fragen beantworten. Die Menschen setzen um und verändern ihr Leben damit. Manche haben dann das neben dem Studium gemacht. Manche sind alleinerziehende Muttis gewesen. Manche Väter, die gesagt haben, ich habe keine Lust mehr auf Schichtarbeit. Manche haben nachher den Job an den Nagel gehangen. Manche waren ganz arbeitslos oder arbeitssuchend. Manche waren Schüler und manche haben irgendwie alles mögliche gemacht. Gott und die Welt. Von 18 bis 65 alles dabei. Und er folgt der Mitterziehung. Wir haben gedacht, wow, was hat mich hier nur Gutes geschaffen. Und es wurde eine richtig starke Community einfach. Eine richtige Bewegung, die sich unterstützt hat. Kein Neid, keine Konkurrenz, die da irgendwie drin ist, sondern jeder sich gegenseitig nur am Helfen, am Unterstützen. Und einfach das Kollektiv hat einfach Lust gehabt, miteinander zu wachsen. Und du hast richtig gemerkt, wie so richtige Euphorie entstanden ist einfach, weil wir haben auch das erste Event dann gemacht in Köln mal. So richtige Euphorie ist einfach entstanden so, hey, wir gehen hier zusammen auf eine Mission. Wir haben hier ein Geschäftsmodell gefunden, was seriös ist, was professionell ist, was schon Ewigkeiten funktioniert, aber durch den schnellen Wandel auf Social Media neue Chancen bietet, dass eben alte Marketingagenturen, die sich irgendwie auf Flyer, Radio, Zeitung und weiß weiß nicht was fokussieren, halt irgendwie nicht hinterherkommen. Und wir jungen Menschen, die den ganzen Tag die meiste Zeit auf Social Media verbringen, statt sie einfach nur auf Social Media zu verbringen und zu konsumieren, diese Zeit nutzen können, um damit Geld zu verdienen. Indem wir Unternehmen helfen, darüber Mitarbeiter zu finden, Kunden zu gewinnen, an mehr Bekanntheit, an mehr Reichweite zu kommen und alles, was da so dazugehört. Und seither machen wir dieses Programm und wir haben es immer optimiert, verbessert und es ist mittlerweile an einem Punkt jenseits von Gut und Böse, was wir an professionellem Inhalt zusammen haben. Also wir haben einen 30-Tage-Plan erstellt, wo wir gesagt haben, 30 Tage zum ersten Kunden. Was wir an Mindset-Inhalten drin haben, wo wir wirklich, wir haben fünfstellig investiert, nur um dafür zu sorgen, dass jeder Mensch, der zu uns ins Programm kommt, hier oben eine Transformation erlebt, die wirklich lebensverändernd ist. Um jeden Menschen, egal wo er ist, von einem Zustand des Mangels und der Angst in einen Zustand der Fülle und Euphorie zu kriegen über sich selbst und sein Leben. Weil Mangel zieht nur Mangel an. Und wir wollen, dass die Menschen in der Fülle sind und voller Euphorie und Bock haben, für sich was zu tun, was zu schaffen. Da haben wir sowohl den Sozialwissenschaftler Florian Kempkis mit eingekauft, der halt auch Führungskräftetrainer bei DAX-Unternehmen wie Daimler ist, der die Reichen und Schönen persönlich coacht, wenn sie Themen mit ihrer Frau haben oder mit ihren Mitarbeitern unter anderem. Ja, der einer der jüngsten Brazilian Jiu-Jitsu-Schwarzgurte ist, der mich schon seit 2016 coacht. Den haben wir dazu genommen, haben gesagt, Flo, erstell für uns Videokurse, die wir dir abkaufen können und coache unsere Teilnehmer so, dass die ihren Engpass selbst analysieren können, dass sie sich selbst besser reflektieren können, dass sie all die gängigen Themen, die sie in ihrem Leben haben, was mangelnder Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen angeht, fixen können. Dann haben wir so ein bisschen das Thema Quantenphysik, Spiritualität so ein bisschen drin, eine Glaube, ja, die feinstoffliche Welt und dann noch viele andere Sachen, um erstmal so einen Kickstart loszulösen. Dann geht es direkt rein, wie erziele ich Resultate für meine Kunden. Also, was sind die Tools? Was sind die Mechanismen? Wie funktionieren sie? Was sind die 20% der Dinge, die für 80% des Ergebnisses sorgen hinten raus, damit jemand als Quereinsteiger, jemand, der die Technik nicht im Mutterleib gelernt hat, sofort reinkommt, vielleicht am Anfang ein paar Fragezeichen hat und so da sitzt und denkt, ich verstehe nur Bahnhof, aber spätestens nach 30 Tagen, wenn er sich das angeguckt hat und mit uns ein bisschen in die Praxis gegangen ist, sagt, ah, jetzt macht das alles Sinn. Und dann im nächsten Schritt Kundengewinnung, wo wir diverse Kundengewinnungsmethoden und Strategien zeigen für Anfänger, die kein Euro kosten, die von uns schon erprobt sind, Skripte, Leitfäden, Vorlagen, die du mitbekommst, alles, was das Zeug hält und wo wir wirklich auch hier wieder drei Menschen, die sehr erfolgreich ihre Agenturen aufgebaut haben und immer noch führen, die sechsstellig im Monat mit ihren Agenturen verdienen, mit einer speziellen Akquise-Methode, wie zum Beispiel der Kaltakquise, die wir uns eingekauft haben, auch hier, weil es gute Freunde von mir sind und gesagt haben, hey, aus der Praxis, für die Praxis, nimm die Menschen an die Hand, die bei uns reinkommen und teile ihnen mit, wie ihr Akquise macht jeden Tag und nimm deine Mitarbeiter auch mit rein, wo wir auch einen Call entwickelt haben, über den ich nicht sprechen darf, weil keiner über diesen Call sprechen darf, in dem es darum geht, dass wir etwas machen, was keiner auf dem Markt macht, was einzigartig ist, womit wir, also die Kundenergebnisse mehr als verdoppelt haben, allein nur dadurch, dass unsere Teilnehmer jetzt ein Szenario jede Woche durchlaufen, was ihnen jegliche Angst nimmt und sofortige Unterstützung gibt bei der Akquise. Weil ich saß da und habe gesagt, ich schaffe das beste Programm überhaupt, wo ich da sitze und nachher sagen kann, jeder Kunde, jeder Teilnehmer unserer Community, der das umsetzt, wird Erfolg haben. Das ist ein Naturgesetz, ich mache das zu einem. Das ist so. Und wenn der keinen Erfolg hat, dann einzig und alleine, weil er nicht umgesetzt hat, was man ihm gesagt hat und weil er zu früh sich selbst aufgegeben hat. Ich werde ein Programm schaffen, wo mir niemals jemand irgendwo sagen kann, das hättest du aber besser machen können, da bist du aber schuld, das ist aber nicht so gut. No way, nicht mit mir. Deshalb optimieren wir permanent und schaffen ein immer besser werdendes Erlebnis, eine immer höhere Kundenzufriedenheit, haben im Backoffice sensationelle Customer Happiness Manager, so nenne ich sie gerne, den Sebastian und Pascal, die täglich mit dem Kunden im Austausch sind und im Kontakt und am Ende vom Tag ist das einfach nur ein Erlebnis und eine Transformation von Punkt A, da wo du nicht mehr sein möchtest in deinem Leben, was dich wirklich runterzieht, wo du dich einfach nur schlecht fühlst und keinen Bock mehr hast, hin zu einem Rausch der positiven Gefühle und Emotionen, einer Transformation, die von jetzt auf gleich passiert mit atemberaubenden tollen anderen Teilnehmern als auch Coaches zu B, dem Punkt, wo du schon immer mal sein wolltest. Und zwar im ersten Schritt, dass du dich getraut hast, was Eigenes zu starten, egal wie jung oder alt du bist. Und danach ist das dein neuer Punkt A und danach schaffen wir den nächsten Punkt B und zwar deine finanziellen Ziele und deine persönlichen Ziele, die wir gemeinsam angehen. Und du merkst, ich werde selbst euphorisch, weil es vergeht kein Tag, wo Sebastian oder Pascal nicht in unseren Slack-Kanal, den Testimonial-Slack-Kanal, eine neue Kundenrezension reinschreiben. Also wo jemand uns per E-Mail, per Telefon, per WhatsApp, per Facebook-Gruppe, Discord, Proven Expert, Trustpilot oder sonst wo gesagt hat, wie sehr wir diesen Menschen dabei geholfen haben, sein Leben in die richtige Bahn zu lenken. Und am Ende vom Tag, wenn du alle Bewertungen durchliest, bekommen alle zur gleichen Konklusion. Ja, und zwar, ich bin dankbar, dass ich mich getraut habe, was zu starten. Ich freue mich, dass ich es mit euch gemacht habe. Und ich bin überglücklich, weil mein Leben ist komplett anders als vorher. Und ich habe endlich neuen Mut, neue Lebensfreude und Energie gefasst, um alles dorthin zu bringen, in der Eigenverantwortung, wo ich es schon immer haben wollte, weil ich jetzt weiß, dass ich Schöpfer bin, dass ich mächtig genug bin, das zu tun und gleichzeitig ein Geschäftsmodell mit an der Hand habe, mit dem ich bereits Kunden gewonnen habe und schon Geld verdiene oder mit dem ich bereits meinen Job ersetzt habe und das jetzt Vollzeit mache. Und das ist eigentlich SMA und noch viel mehr. Unten findest du einen Link und dort kannst du dir die Aufzeichnung von einem unserer Online-Trainings anschauen, indem wir dir komplett im Detail ganz genau zeigen, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell, was hast du für Vorteile darin, welche Risiken gibt es auch, was musst du tun, was ist der Drei-Schritte-Plan zum Erfolg. Du siehst nachher unser Angebot komplett ausführlich und kriegst dann auch die Chance, wenn du komplett informiert bist und richtig Lust darauf hast, dir ein Gespräch zu sichern mit uns und kannst dann mit uns im Call die Entscheidung zusammentreffen, wenn wirklich auch alles stimmt, du alles verstanden hast und es maximal Sinn für dich macht, in dich zu investieren und mit uns gemeinsam zu starten. Deshalb unten auf den Link klicken, eintragen, anschauen, Call buchen, loslegen.